Temposündern auf der Spur. Hamburgs Polizei überwacht Raser per Video. Bei 133 haben wir ihn gemessen mit Abzügen. Das war dafür wahrscheinlich. Und greift knallhart durch. Trotz absoluten Halteverbots. In Berlin parkt man, wie es gefällt. Wir stehen ja auf einer Buschspur. Aber das machen die anderen doch auch. Ja, macht es ja nicht besser, als die anderen auch stehen. Im Kampf um die besten Plätze wird der Ton aggressiv. Das ist eine Buschspur. Sie dürfen nicht Leute beleidigen. Gehen wir arbeiten, weißt du? Gehen wir arbeiten. Abschleppen geht nur in Härtefällen. Denn die Polizei ist überfordert. E-Scooter missachten alle Regeln. Moin der Herr, bitte anhalten, die Polizei. Ratsheriffs jagen die Raudis. Das ist letztendlich auch nur Glück, dass es dann nicht zum Unfall kommt. Fokus TV im Einsatz auf Deutschlands Straßen. Hamburg. Im Stadtteil Horn sitzt die Verkehrsstaffel Ost der Polizei. Die Behörde ist für Raser und Poser auf den Straßen der Hansestadt zuständig. Insgesamt fünf sogenannte Provida-Einheiten schwärmen täglich aus, um Temposünder zu überführen. Im Visier heute Verstöße auf der Autobahn und in der Stadt. Wenn das Wetter gut ist, haben wir in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht, dann sind viele Leute unterwegs. Die sind gerne auf den Straßen, wollen sich wohl auch gerne zeigen. Und zu erwarten ist dann einfach, dass wir unter Umständen Fahrzeugrennen sehen, dass wir hochpreisige Fahrzeuge sehen werden, also von AMG bis Ferrari über Lamborghini. Und das ist auch irgendwo eine Glückssache, dann auch so ein Fahrzeug aufzunehmen, was dann natürlich auch zu schnell ist. Die Aufgaben im Team sind klar verteilt. Kommissar Dennis steuert den Mercedes im Zivil. Beifahrer Michael ist für die Beweissicherung zuständig. Also meine Aufgabe ist die, eigentlich die Kamera zu bedienen. Und zwar, wir haben ja hier an diesem Fahrzeug die Provida-Messer-Lage drin, die basierend auf dem Wegzeitgesetz ist. Und damit ermitteln wir dann schlussendlich die Geschwindigkeit von dem Fahrzeugführer vor uns oder auch hinter uns. Und das ist so meine Aufgabe hier mit dem, ich sag mal mit dem Stick hier, der jetzt hier ist, den muss ich halt bedienen. Hamburgs Straßennetz hat eine Gesamtlänge von rund 4000 Kilometern. Knapp 83 davon sind Autobahnen. Zumeist gelten hier Tempolimits von 80 bis 120 kmh. Um hier Verstöße festzustellen, braucht es Taktik und Erfahrung. Ich versuche immer nach vorne ein bisschen Luft zu lassen und warte mal ab, dass dann, wenn so ein Pulk ankommt, und wenn da jemand dabei ist, dann versuche ich mich da mit rein zu hängen. Weil das Problem ist, wenn man in einem Pulk mitschwimmt, dann wird da nichts passieren. Dann wird man immer in dem gleichen Fahrzeugpulk sein. Und da entwickelt sich selten einer heraus. Aber dass mal von hinten jemand angeflogen kommt, das ist dann schon denkbar. In der Tat, ganz links überholt plötzlich ein Audi mit Karacho. Der Polizeimeister startet die Videomessung. Das ist 180. Genau, jetzt kommen wir in den 120er. Ja, ich, der 128. Zack, zu schnell. Ich würde so den nehmen mit, oder? Sehr super. Dann fangen wir heute mal mit dem Busfeld an. Der Tisch ist super. Für den ertappten Vielfahrer eher weniger. Denn ab einer Überschreitung von 41 kmh droht ein Fahrverbot. Kommissar Dennis lotst den Audi von der Autobahn. Moin. Grund des Anhaltens ist, dass Sie ein bisschen zügig unterwegs sind. Was ich Ihnen aber sagen kann, dass wir im 80er-Bereich waren, Hamburg-Kreuz-Ost, vor Ihnen war er frei. Die haben Sie dann anscheinend genutzt, sodass Sie, sag ich mal, mindestens auf 120 so beschleunigt haben. Also ich kann Ihnen das nur so sagen, was wir auf unserem Fahrzeug gesehen haben. 41 kmh drüber wäre Fahrverbot. Nächstes Trotz, Sie werden jetzt hier vorordentlich belehrt. Wir werten das aus, dann bekommen Sie einen Ahnungsbogen und haben die Möglichkeit, sich dann zum Sachverhalt zu äußern. Ich kann sicherlich vieles verstehen, dass wenn man viele Kilometer in seinem Leben auf der Autobahn verbringt und heutzutage ist die einfach immer relativ voll, dann ist das sicherlich auch ein Stück weit nervig. Aber natürlich muss er sich an die Regeln halten. Der Rest ist Routine. Polizeimeister Michael schreibt die Anzeige, Dennis checkt das Punktekonto des Vielfahrers. Der nimmt's gelassen. Einmal Ihren Fahrzeugschein, dann Ihren Führerschein und einmal Ihren Person-Ausweis. Und es steht Ihnen aber nichtsdestotrotz, es steht Ihnen frei, einen Rechtsverstand zu nehmen und dagegen dann nachher auch vorzugehen. War Ihnen das jetzt nicht bewusst, dass da in der 80er-Zone Sie deutlich zu schnell war? Aber Sie riskieren ja letztendlich Ihren Führerschein und brauchen den ja eigentlich, oder? Ja, deswegen ist es natürlich total blöd, aber das sagt ja nur, dass ich da auch nicht mehr kann, warum es gar nicht mehr sind. Ich wünsche Ihnen was. Ciao. Für Ausreden ist es zu spät. Wir haben sicherlich auch noch einige Toleranzen, die wir abziehen werden, aber der Fahrzeugführer ist hier über 41 gefahren und wird auch wohl damit rechnen können, dass der Führerschein für einen Monat weg ist, wird sich ungefähr bei 240, 250 Euro belaufen und den einen Monat Fahrverbot und natürlich zehn Punkte. Ein teurer Spaß. Pro Schicht überführt das Team sechs bis acht Raser und die nächsten werden folgen. Berlin. 1,21 Millionen Pkw sind hier gemeldet. Deutschlands Hauptstadt gilt verkehrstechnisch als ein gefährliches Terrain. Busgänger und Radler haben es schwer, vor allem, wenn Autos den Weg verstellen. Und Falschparkern hat dieser Mann den Kampf angesagt. Ja, übereignen sich Autofahrer in der Stadt Platz an, der Ihnen gar nicht gehört, wie Radwege oder Gehwege oder Busspuren. Das ärgert mich, weil das ist irgendwo recht das Stärkeren, wenn man sich einfach mit seinem Auto irgendwo hinstellt, wo andere Leute eigentlich einen freien Weg haben sollten. Darum kümmere ich mich. Andreas Schwede arbeitet hauptberuflich als Fremdenführer. Privat ist das Verpfeifen von Verkehrssündern seine Mission. Diese Straße hat neben zwei Spuren für Autos eine Busspur, die zeitbeschränkt von Pkw benutzt werden darf. Aber nicht zum Parken. Stehen die auf einer Busspur? Ja, auch. Ja, macht es ja nicht besser, als die anderen auch stehen. Dem Fahrer scheint es egal zu sein. Doch dem streitbaren Berliner entgeht kein Vergehen. Also bis 14 Uhr, das heißt, vor einer halben Stunde hätte man hier be- und entladen dürfen. Jetzt ist es eine halbe Stunde drüber, interessiert Firma DHL nicht. Die blockieren ja alle eine Buschspur, die natürlich auch von Radfahrern mitzubenutzen ist, weil es hier keinen richtigen Radweg gibt. Und wir haben hier eine sehr stark befahrene Verkehrsstraße. Und ein Radfahrer, der jetzt hier den Falschparkern ausweichen muss, der muss auf sehr engem Raum dort zwischen den Falschparkern und den Autos fahren. Wenn sich dann jetzt so irgendwie eine Autotür öffnen würde in dem Moment, dann hätten wir hier einen schweren Unfall. Aber das stört hier offenbar keinen. Die 500 Meter lange Busspur ist mit Autos regelrecht zugepflastert. Schwede dokumentiert zur Beweissicherung das Kennzeichen eines blauen Corsas. Das ist eine Buschspur. Kann ich, Ihr Auto kann nicht knipsen, weil Sie begehen gerade in der Ordnung. Das ist eine super Idee, würde ich machen. Die Lage spitzt sich zu. Und Sie haben gerade im Band... Ich habe Ihnen ja nicht erlaubt, dass Sie es uns aufnehmen. Ich erlaube Ihnen auch nicht, auf der Buschspur zu stehen. Würde ich machen. 110 ist die Nummer. Ich bin Krankenpflege. Ich würde nur Medikamente für die Klinik. Dann dürfen Sie trotzdem nicht so eine Buschspur. Und Sie nehmen sich in der Zeit nur so eine Idiot, Entschuldigung, aber... Jetzt sind Sie schon bei einer Straftat. Aber er kann nicht meine Nummernschicht auch... Doch, darf ich. Nein, darfst du nicht. Und Sie dürfen nicht Leute beleidigen. Geh mal arbeiten, weißt du. Geh mal arbeiten. Denn so was ist eine Straftat, dafür kann man angezeigt werden. Die wollen doch die Polizei anrufen. Wird immer besser. Schwiede weiß genau, was er sagen muss, damit die Beamten anrücken. Schöngutze, ich bräuchte jemanden für gegenwärtig Beleidigung am Straßenverkehr durch eine Verkehrsteilnehmerin in Schöneberg in der Hauptstraße. Weiterhoch ist Nummer 135. Wie gesagt, Autofahrerin, die mich hier wüst beschimpft, beleidigt. Guck mal, ich bin im Dienst. Ich habe Autofahrerin. Das ist eine von meinen Klienten, dass ich da hingehen muss. Du hast keinen Grund, mich hier zu beleidigen. Ich habe dich nicht beleidigt. Vollidiot. Natürlich bist du, sonst würdest du nicht solche Dinge aufsehen. Null Unrechtsbewusstsein, dass hier erstens überhaupt nicht stehen darf, nicht sein darf und einfach Leute dann beleidigen. Das finden Sie ganz normal wahrscheinlich. Wahrscheinlich bin ich so auch noch Geld vom Sozialamt. Trotz dieser Worte bleibt Stadtführer Schwiede gelassen. Rund 3000 Anzeigen wegen Falschparkens hat er in den letzten Jahren erwirkt. Solche Reaktionen ist er gewohnt. Von der eintreffenden Polizei erhofft er sich Unterstützung. Guten Tag. Guten Tag, ich habe Sie gerufen. Also, der junge Mann. Vom Parken im Halteverbot ist plötzlich keine Rede mehr. Und das, obwohl es für Radler weiter gefährlich ist. Fälschlicherweise ergreift die Polizei sogar Partei für die Autofahrerin. So, Herr Schmiede, Sie haben die Dame fotografiert, das wissen Sie nicht, das wissen Sie. Das weiß ich. Und ich möchte eine Strafanzeige gegen die Dame, Strafantag, weil sie hat mich beleidigt. Sehr wüst beleidigt. Was hat sie denn gesagt? Vollidiot. Das hat sie auch mehrfach wiederholt. Nochmal, sie ist Idiot und sie gehen wahrscheinlich nicht arbeiten, leben von Sozialhilfe und so weiter. Wollen wir uns jetzt nochmal erklären, was ich gemacht habe? Ich habe sie angesprochen. Ich gebe mir jetzt gerade mit der Dame, nicht mit ihm. Ich komme gleich zu Ihnen. Alles gut. Ich bin so lange auf dem Burgerschein. Mach ich. Die Beamten scheinen der Frau mehr Gehör zu schenken als dem selbsternannten Parkwächter. Und der wird nun ungeduldig. Darf ich dann auch endlich was zum Sachverhalt sagen oder tun Sie nur die Beschuldigte irgendwie unendlich lange reden lassen? Der Beschuldigte ist sie in ihren Augen. Für mich ist sie nichts oder hat alles richtig gemacht oder? Das sagen Sie. Die Anzeige wegen Beleidigung nimmt die Polizei auf. Das Falschparken wird nicht sanktioniert. Ohne Verwarnung fährt die Pflegerin weg. Die Polizisten haben meines Erachtens Partei für die Dame ergriffen sogar noch, indem man sich ihre Geschichte sehr wohlwollend angehört hat. Und dann, also die Polizei jetzt, in sehr aggressiven Ton auf mich zukam und quasi mit verbalen Äußerungen eigentlich mir unterstellt hat, Ich habe jetzt dazu Anlass gegeben. Schwiedes Einsatz im Straßenverkehr stößt bei der Obrigkeit seit Jahren auf wenig Gegenliebe. Immerhin, die Spur ist frei. Für diesen Moment. Diese Buschspur war noch nicht ein einzelnen Tag seit 30 Jahren in der gesamten Geltungsdauer Falschparker frei. Die Polizei macht das Spiel, die räumt frei, fährt weg, dann stellen sich wieder Falschparker hin. Die genau wissen, dass sie nicht stehen dürfen, aber die auch genau wissen, die Polizei war heute schon da und die kommen auch nicht mehr wieder. So unkonventionell Schwiedes Handeln sein mag, so ernst ist sein Hintergrund. Steffen Lohrei hat das am eigenen Leib erfahren. Zum ersten Mal kehrt er in Pankow an die Stelle zurück, wo er selbst glücklicherweise noch mit dem Leben davon kam. Ja, schon ein mulmiges Gefühl, so ein bisschen flau im Magen. Die Situation ist eigentlich ganz, ganz ähnlich. Man sieht, hier stehen Autos, die Straße wird eng, die geht in diesen Tunnel rein. Der Verkehr ist relativ schnell, es ist eine Ausfallstraße aus Berlin und es war der erste schöne Frühlingstag. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, wie die Tür aufgegangen ist. Der Fahrer hat die Tür gewissermaßen direkt vor mir geöffnet, ich hatte da keine Chance zu reagieren. Und dann lag ich auf der Straße, ich bin über beide Spuren geflogen. Der erste Gedanke war, oh Gott, oh Gott, hoffentlich können die Autos bremsen. Es waren Gott sei Dank keine Autos hinter mir. Dann hat eine Passantin sofort einen Krankenwagen und die Polizei gerufen. Und ich kam dann ins Krankenhaus, in die Notaufnahme und dann wurde mir allerdings eine Röntgenaufnahme eröffnet, dass ich eine Fraktur habe im Daumenhandgelenk und dass es eine sehr, sehr langfristige, wenn nicht lebenslange Verletzung ist. Seitdem muss er zweimal die Woche zur Handtherapie. Die Unfallstelle ist heute genauso gefährlich wie damals. Und genau so etwas ist Andreas Schwiede ein Dorn im Auge. Der selbsternannte Park-Sheriff schreitet nun in dieser Ladezone gegen Autofahrer zur Tat. Hallo, hallo. Was wollen Sie denn hier be- und entladen? Was Sie hier be- und entladen wollen? Ladezone. Der offensive Auftritt zeigt Wirkung. Immerhin verlässt der Mercedes-Fahrer den Schauplatz vor einem Hotel regelrecht fluchtartig. Aber andere Autos stehen hier noch. Fragt sich nur, schafft Schwiede es, auch sie zu entfernen? Zurück nach Hamburg. Gezielt cruised hier das Polizeiteam im Videowagen an Ein- und Ausfallstraßen auf der Suche nach Rasern. Also sicherlich gibt es Hotspots. Darüber würde ich jetzt nicht so gerne reden wollen. Und deswegen macht es durchaus auch mal Sinn, anzuhalten, einfach mal stehen zu bleiben, zu gucken. Und man horcht, was im Straßenverkehr so los ist. Meist reicht das aus, um PS-Poser zu identifizieren. Plötzlich sprintet vor den Beamten ein schwarzer Sportwagen los. Dennis hängt sich an den mehr als 470 PS starken Mercedes dran. Also eilig hat er es. Da sind wir uns wohl eilig. Und das Schöne ist ja hier auch, man sieht ja, in der Innenstadt, schnell fahren kann schnell mal lebensgefährlich werden. Weil der geneigte Bürger einfach mal quer über die Straße rennt. Schließlich haben Fußgänger keine Knautschzone. 457 sind letztes Jahr in Deutschland zu Tode gekommen. Geschwindigkeitsverstöße ahndet die Polizei deshalb rigoros. Die Manöver des AMG-Mercedes sind brandgefährlich. Dennis bleibt dran. Notfalls auch über den Standstreifen. Der Raser weit vor ihm ignoriert jegliche Regeln und Tempolimits. Jetzt nochmal rechts überholen. Noch reicht die Messung nicht aus, um den Führerschein des PS-Raudis zu kassieren. Wir hatten jetzt gerade mit 80 kmh, ist ja hier zugelassen gewesen, bis zum 100 Schild. Und dann ist ja bei 133 haben wir uns gemessen mit Abzügen. Und dann wird irgendwas bei, ja, roundabout bei 43 zu viel sein. Gucken wir gleich nochmal in Ruhe nach. Wollen wir jetzt nicht gerade. Also anhalten, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Jetzt haben wir 100 hier. Jetzt wird es interessant. Jetzt wird es allerdings auch spannend, wie wir ihn anhalten. Denn der Fahrer beschleunigt jetzt auf fast 180 Sachen. Nun versucht das Provida-Team mit dem getunten Dienstwagen den Raser zu überholen. Spätestens jetzt muss ihm klar sein, dass er es mit der Polizei zu tun hat. Kontrolliert eskortieren die Beamten den AMG zum nächsten Rastplatz. Oft ergreifen Ertappte auf der Autobahn in solchen Situationen die Flucht. Wie wird dieser Fahrer reagieren? Moin. Wir sind von der Hamburger Polizei. Ich hätte ganz gerne von Ihnen Führerschein, Fahrzeugschein und einen Ausweis. Die Grunde ist anhalten. Sie haben es schon richtig erkannt. Das ist ein Videofahrzeug der Polizei Hamburg. Wir sind schon eine Weile an Ihnen dran. Sie sind relativ zügig unterwegs. Das ist schon im Hamburger Stadtgebiet. Da haben wir schon hinter Ihnen. Gefährt? Ja, ja. Sind schon eine Weile. Auf jeden Fall auch in dem Bereich, wir haben einmal 80, da waren Sie zu schnell. Dann haben wir in dem Bereich 100, da waren Sie deutlich zu schnell. Das könnte durchaus möglich sein, genau. Wir kommen dann gleich wieder zu Ihnen. Ich nehme das erstmal auf. Ein 100.000 Euro Auto und dann dieser Fahrer. Das passt für die Polizei nicht wirklich zusammen. Die Routineabfrage bringt zu Tage, die Akte des Mannes ist mit Vergehen von A bis Z prall gefüllt. Wenn wir Kfz weglassen, dann alles, ja. Das passt. Also wirklich alles. Genau. Es ist natürlich immer erstaunlicher, dass man in so einem Auto hier durch die Gegend fährt. Fragt sich, wie lange noch. Dem Fahrer dämmert das auch langsam. Das sagte ich ja. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Es ist aber definitiv, sind wir im Fahrverbotsbereich. Ja, kommen Sie gut nach Hause und schlafen Sie ein bisschen. Scheinbar unbeeindruckt setzt der Mercedes-Fahrer seine Fahrt fort. Bevor es weitergeht, kontrollieren die Beamten ihre Aufnahmen. Die Faktenlage ist erdrückend. Jetzt konnten wir sehen, dass wir in der Spitze mit unserem Fahrzeug bei fast 180 kmh bei erlaubten 100 waren. Und er hat sich noch entfernt von uns, sodass wir tatsächlich sagen können, das war ein guter Sachverhalt. Auf den Herren warten ca. drei Monate Fahrverbot. Ein saftiges Bußgeld. Wir werden hier vermutlich auch den Vorsatz mit anbringen. Das würde heißen, dass das Bußgeld verdoppelt wird. Und dann ist er bei weit über 1000 Euro, denke ich, Bußgeld plus drei Monate Fahrverbot. Ich denke, das war schon nicht schlecht. Und weiter geht es. Ihre Jagd auf Raser wollen die Hamburger Polizisten gleich im Zentrum der Hansestadt fortsetzen. Dort gibt es seit kurzem ein weiteres Problem im Straßenverkehr. E-Scooter. Seit ihrer offiziellen Zulassung im Sommer kümmert sich eine Radstaffel der Hamburger Polizei um die Elektroflitze rund um Elbe und Alster. Da sich die Benutzer der Scooter allzu oft über Regeln hinweggesetzt haben, wollen die Fahrradsheriffs jetzt mit Schwerpunktkontrollen dagegenhalten. Ich denke, wir behalten uns in dem Bereich der Innenstadt auf. Vielleicht so im Rahmen der Europapassage, dass wir uns da irgendwo aufstellen. Wetter ist relativ durchwachsen, aber der eine oder andere wird bestimmt unterwegs sein. Und dann gucken wir, was heute geht. Ja, dann lassen wir starten. Ja, geht los. Die heutige Kontrolle ist die 13. seit Einführung der E-Scooter. Den wenigsten ihrer Benutzer ist klar, dass sie bei schweren Verstößen ihren Autoführerschein riskieren. Angefangen hat es eigentlich schon so ein bisschen, sag ich mal, so im Frühling, so Anfang dieses Jahres, wo so langsam diese, sagen wir mal, neuen Fahrzeuge sich so etabliert haben, wo viele Leute eben halt unerlaubterweise mit unterwegs waren. War natürlich dann auch immer gleich Strafanzeigen, weil die sich dem gar nicht bewusst waren meistens. Und jetzt natürlich dann seitdem jetzt Mitte Juni das Gesetz in Kraft getreten ist und sowas, dann ist es ein bisschen massiver geworden. Allein 89 Scooterfahrer mussten in diesem Jahr die Hamburger Krankenhäuser schon verarzten. Bloß geht die Kontrollfahrt in Richtung Landungsbrücken. Dort wollen die Polizisten Mark Ludwig und Birger Kempernolte überprüfen, ob das Fahrverbot im Fußgängerbereich eingehalten wird. Es droht ein Bußgeld von 10 Euro. Die Polizei, bitte anhalten. Moin, die Polizei. Hallo, das ist hier ein Gehweg. Haben Sie gleich dazu? Können Sie mir zuhören? Wir haben den Kraftfahrzeugen nichts zu suchen. Oh geil. Ja. Sie dürfen... Das ist ein Ratschillen. Genau, oder schieben. Sie können auch gerne nach unten. Hier gibt es ja... Da gibt es eine Möglichkeit, über die Rampe nach unten zu schieben. Sie sind eben Fahrradfahrer vor uns, sagen wir es sind... Ja, genau, auch Fahrradfahrer dürfen hier nicht fahren. Es ist ja kein Radweg hier, sondern ein Gehweg. Und wenn kein Gehweg vorhanden ist, dann müssen Sie auf die Fahrbahn ausweichen. Hier gibt es schöne Fahrradstreifen neben der Fahrbahn. Da können auch Sie wunderbar fahren. Ausreden lassen die Polizisten nicht gelten. Fadenscheinige Vorwände gegenüber der Obrigkeit kennen sie zu Genüge. Ich bin ja nicht von hier. Und dann ist es auch eine gern genommene Ausrede ganz einfach, wenn man irgendwo als Tourist ist oder sowas. Das mag ja sein, aber wie ich eingangs sagte, die Regeln sind ja überall die gleichen. Nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich sogar fast weltweit, sag ich mal. Sollte man denken. Weiter geht's. Das Team bezieht Stellung am Eingang zur Hafencity. Lange dauert es nicht, bis jemand verbotswidrig den Gehweg bestromert. Moin, Herr, bitte anhalten, die Polizei. Na gut. Den Sprint gegen den 20 kmh-Scooter gewinnt natürlich der Radpolizist. Jetzt gibt's eine Standpauke. Grundsätzlich haben sie die Regeln der Radfahrer zu beachten und dementsprechend den Radweg zu nutzen. Es ist nicht verboten, während des Radfahrens Schrägstich Elektro-Kleinfahrzeugs führen, Musik zu hören. Genau, ja. Leiser vielleicht. Sie müssen auf jeden Fall den Verkehr wahrnehmen können. Und wenn's mal drauf ankommt und es ist zum Unfall gekommen, kann das sein, dass sie in der Nachweispflicht sind, dass sie alles hätten hören können. Und das ist fast ausgeschlossen in dem Moment. Die Fahrweise, die da zutage gelegt wurde, die möchte ich mal als sportlich bezeichnen. Und ich glaub, das ist noch ein defensiver Ausdruck für diese Art und Weise. Und das ist letztendlich einfach nur Glück, dass es dann nicht irgendwie zum Unfall kommt. Da muss ja der Fußgänger mal einen Schritt zur Seite machen. Vielleicht, weil er irgendwas auf der Elbe sehen möchte oder sowas und schon kommt er zum Unfall. Und so schnell kann man diese Fahrzeuge dann gar nicht abbremsen oder reagieren. Dann kommt noch dazu eben halt, dass der Herr offensichtlich mich ja nicht gehört hat, auch obwohl ich ihn angesprochen hatte. Und das lag wohl an der lauten Musik. Und deswegen sehe ich in dem Fall auch wirklich nicht vom Verwarnengeld ab. Das sind ja auch letztendlich nur 10 Euro, aber ich hoffe, er kommt ins Überlegen. Das ist mir viel wichtiger, dass er seinen Verhalten ändert im Straßenverkehr. Nächstes Ziel, Innenalster. 30 Minuten später beziehen die Beamten vor einer Einkaufspassagestellung. Und auch hier müssen sie nicht lange warten. Hallo, im Affenzahn sind Sie hier über den Gehweg gefahren, das ist so nicht gestattet. Wenn Sie den Radweg verlassen oder die Fahrbahn, dann, nee, nicht langsamer fahren, sondern absteigen und schieben. Und wie gesagt, die Geschwindigkeit eben, das ging gar nicht. Hier ist eine Einkaufspassage, hier kommen viele Leute raus, die anderes im Kopf haben, als auf sie zu achten. Ja, kann ich verstehen. Genau, okay. Standortwechsel. Die Polizisten stellen sich strategisch auf und beobachten jetzt eine Kreuzung. Da passiert direkt vor ihren Augen ein Scooter bei Dunkelrot, die Fußgängerampel. Polizeioberkommissar Ludwig schreitet zur Tat. Bürger, ich habe hier eine Rotlichtfahrt, einen Elektroscooter. Moin, da, hallo. Grüße Sie, Sie sind gerade bei Rot hier, über die Ampel gefahren, mit Ihrem Elektroscooter. Die Autos hier haben schon grün bekommen und sind schon angefahren. Und mussten für Sie wieder anhalten und bremsen. Tschüss. Ich habe Ihnen jetzt gesagt, was Sie verkehrt gemacht haben, diesen Verstoß können, müssen Sie aber vor der Polizei nicht zugeben. Aber ich bräuchte auf jeden Fall einmal den Ausweis von Ihnen, weil das ganze stelle eine Ordnungswidrigkeit da. Wir können jetzt das alles kooperativ machen, nett und freundlich. Das war grün. Nein, war es ja nicht. Ich musste mal wieder und da bin ich rübergegangen. Das war es ja eben nicht. Das war meine Wahrnehmung. Ja, aber ich habe gesehen, wie Sie bei Rot drüber gefahren sind und die Autos schon losgefahren sind. Ja, ist okay. Okay, wir sind jetzt betreten auf der Stelle, wirklich. Leugnen zwecklos. Für Polizist Ludwig ist der Fall glasklar. Das ist halt eine Rotlichtfahrt gewesen. In dem Fall eben halt länger als eine Sekunde habe ich so weit nicht beobachten können. Ich habe halt nur gesehen, dass der Querverkehr grün hat. Kann man davon ausgehen. Ich werde die einfache Rotlichtfahrt nehmen mit 60 Euro Verwaltungsgebühren und ein Punkt. Bei den Bürgern kommt die Kontrolle gut an. Hinter Wien sind Sie her im Moment. Radfahrer, Autofahrer. Hier auch. Die, genau, die Scooter auch, genau. Ich bin von einem auch schon angefahren worden. Tatsächlich? Ja. Und schwer verletzt oder überhaupt verletzt? Ja, es hingefallen, blaues Knie, aber blöd. Den sollen die auf der Straße fahren, weil sie werden auch leider frech. Wenn man was sagt, sie dürfen hier nicht fahren, Oma halt dich. Schwerpunktkontrollen wie diese sind offenbar leider nötig. Denn seit den Hamburg E-Scooter verliehen werden, gab es hier durch die neuen Gefährte mehr als 100 erfasste Verstöße. Zurück nach Berlin, zu Andreas Schwiede, dem Schrecken der Falschparker. Er hat Autos in einer Ladezone im Visier. Das ist hier so eingerissen, weil sich keiner drum kümmert, werden die Ladezone zugeparkt. Lkw müssen deshalb in zweiter Reihe entladen. Und das ist für Radfahrer richtig gefährlich. Andreas Schwiede will das nicht tolerieren. Weil das hier ist so voll. Naja, aber die Radfahrer sind jetzt die schwächsten Verkehrsteilnehmer. Und wenn ein Radfahrer ausweicht, auch kommt einer angesegelt zu schnell, dann ist der Radfahrer unter Umständen tot. Und Sie sind mit Schuld, weil Sie ja stehen, wo Sie gar nicht stehen dürfen. Genau, das ist ja richtig. Und deshalb wäre es natürlich auch gut, wenn Sie auch die Polizei rufen und wenn Ihre Ladezone zugeparkt ist. Alles klar. Ob der Lkw-Fahrer die Ratschläge wirklich beherzigt? Zumindest räumt er nun den Radweg. Doch keine zwei Minuten später geht 50 Meter weiter das gleiche Spiel von vorne los. Diesmal sorgt ein Wäscheservice für stark. Immerhin bleibt wenigstens der Radstreifen frei. Natürlich, der Lkw hat ja nur mal kurz im Weg gestanden, weil Autos hier in der Ladezone verbotswillig parken müssen. Und dieses nur mal kurz, haben wir eben gesehen, da kam eben Radfahrer und alles lang. Also es hätte in dem Moment ein Unfall passieren können. Und deshalb müssen die auch frei sein. Was die Polizei halt nicht begreift, dass die halt frei sein müssen. Eine Stunde später. Dieser Opel-Fahrer bequemt sich endlich, seinen Corsa vom Radweg zu räumen. Sie stehen übrigens auf dem Radweg. Wissen Sie, warum machen Sie es trotzdem? Na ja, Ihr Fahrer. Schwede bleibt hartnäckig. Die Polizei war jetzt uns angerufen. Also wären die jetzt da, die Polizei, wären das jetzt 30 Euro. Nee, aber eher der Fahrer. Vielleicht sagen Sie ihm das mal. Ja, trotzdem ist es ein Radweg. Das ist jetzt nicht so, dass irgendwie da großartig Einsicht herrscht bei Leuten, es nicht zu tun, sondern es hat meistens keine Konsequenzen. Und es ist auch, wenn wir höhere Bußkler fordern, es gibt kaum Leute, die das schreiben, die anzeigen. Und das wissen Berliner Autofahrer. Die freie Lücke nutzt der nächste Pkw, ebenfalls unerlaubt. Und das zum Leidwesen der Radler. Das Parkchaos scheint die Polizei auch heute kaum zu interessieren. Ja, vor zwei Stunden haben wir der Polizei gemeldet, dass hier die Ladezonen blockiert sind. Immer wieder mal LKWs hier in zweiter Reihe stehen, Radfahrer gefährden, die nämlich wirklich hier in ein fieses Parkkehr ausweichen müssen. Interessiert die Polizei einen Scheißdreck. Die hatten ja zwei Stunden Zeit, sich hier drum zu kümmern. Aber ich finde es scheinbar nicht besonders wichtig. Im Einsatz gegen Falschparker ist es frustrierend. Angesichts dieser Situation in Berlin gleichen Schwiedes Aktionen einem Kampf gegen Windmühlen. Und doch will der selbsternannte Ordnungshüter heute noch nicht aufgeben. Rund 89.000 Radfahrer sind letztes Jahr in Deutschland schwer verunglückt. Tendenz steigend. Besonders Berlins Straßen mutieren zu regelrechten Kampfzonen. Immer mehr Autos engen den Raum für Radfahrer immer stärker ein. Allein 500.000 Menschen fahren jeden Tag auf Pedalen durch die Hauptstadt. Schlechte oder fehlende Radwege verschlimmern die Lage zusätzlich. Oft gibt es Situationen, bei der Radler verletzt werden oder ums Leben kommen. Der Ingenieur Steffen Lohrei wurde im Stadtteil Pankow auf dem Sattel selbst Opfer eines schweren Unfalls. Seitdem engagiert er sich bei der Organisation Changing Cities für die Rechte der Biker. Hallo Raunhild. Hallo, hi. Na, hast du schon von dem neuen Unfallatlas gehört? Ja. Guck mal hier. Wow. Das neue Ding aus Amerika, unsere Unfallkarte. Ist noch nicht so richtig schön, aber. Spandauer Vorstadt hier. Ja, also die schwarzen hier eins, zwei, drei getötete. Genau, und das sind ja nur die Zahlen aus 2018. Man kann es so sagen, also dieses Jahr ist ein gutes Jahr. Wir haben nur vier getötete bis jetzt, was extrem wenig ist. Das ist ganz außergewöhnlich. Letztes Jahr hatten wir elf. Das ist toll. Freuen wir uns. Trotzdem ist Radfahren in Berlin extrem gefährlich. Knapp 8000 Radunfälle mit 800 Schwerverletzten gab es letztes Jahr. Changing Cities fordert von der Politik deshalb ein Umdenken. Was passieren muss, ist klar, wir müssen eine Umverteilung haben vom Straßenraum. Also im Moment haben die Autos ungefähr 60 Prozent des Straßenraums, Fußgänger, Radfahrende, Umweltverbund, also Bus, ÖPNV, den Rest. Und wir haben aber in Berlin zum Beispiel 70 Prozent der Menschen, die nicht mit dem Auto unterwegs sind. Und die müssen sich also zusammen tun auf diesen kleinen 40 Prozent Platz. Und das muss halt umverteilt werden. Sonst kriegen wir das nie hin. Der Kampf für mehr Platz und Rechte von Radfahrern treibt Steffen bei Changing Cities an. Denn sonst können Verkehrsteilnehmer wie er auf Berliner Straßen in Zukunft nicht bestehen. Zurück in Hamburg. Im Kampf gegen die Rasa-Szene setzt die Polizei in der Hansestadt auf Videoüberwachung. Sie dokumentiert Geschwindigkeitsverstöße auf Autobahnen und Innerorts. Kommissar Dennis und Polizeimeister Michael jagen seit drei Jahren gemeinsam Verkehrs-Rowdys. Wir haben in der Innenstadt auch viele hochpreisige Fahrzeuge, die auch deutlich zu schnell unterwegs sind. Und derer wollen wir uns gerne nochmal annehmen. Von einer PS-Protz-Karre kann bei dem VW Tiguan vor den Polizisten eher nicht die Rede sein. Trotzdem fällt der Fahrer mit riskanten Spurwechseln und wenig Abstand auf. Außerdem ist er auf der Stadtautobahn viel zu schnell. Ja, wir haben ja 80, wir fahren geeichte 115. Er fährt natürlich auch ab, ist ja klar. Wollen wir? Dann nehmen wir den erstmal mit. Wir würden hier das VIDISTA-Verfahren anwenden. Das bedeutet, dass wir das an der Dienststelle erst errechnen, die Geschwindigkeit. Wir könnten ihm jetzt hier keinen direkten Vorwurf machen. Aber als wir so 115 fuhren und er sich noch leicht entfernt hat, kann man da vielleicht von ausgehen, dass er so ungefähr 120 fuhr. Bei erlaubt einer 80. Dann haben wir schon mal ein schönes Buchsgeld. Reicht das für ein Fahrverbot? Die spätere Auswertung des Videos wird zeigen, um wie viel der VW die 80 kmh überschritten hat. Für den Fahrer wird's jetzt unangenehm. Der Tatbestand des deutlichen Geschwindigkeitsverstoßes steht außer Frage. Moin. Ich bin von der Verkehrsschiffe L'Ost. Für den Verkehrsuntertrag hätte ich gern von Ihnen Führerschein, Fahrzeugschein und Ausweis. Ja. Sind Sie, wir machen die Musik einmal leise? Ja. Danke. Grund des Anhaltens ist, dass Sie recht zügig unterwegs sind. Wir sind schon eine Weile hinter Ihnen. B5, Eifelstraße, so in dem Bereich. Da sind Sie immer schon ein bisschen Lücken springen. Ich denke mal, Sie haben es eilig. Ich sage mal so, zu Sachen müssen Sie uns weiter sagen, was die Geschwindigkeit angeht. Ich kann Ihnen immer so viel sagen, dass Sie definitiv zu schnell waren. Auf der Bundesstraße sind nachher 80 erlaubt. Sie waren deutlich über 100. Da werden Sie einen Vorwurf dann nach Hause bekommen. Und dann warten Sie am Fahrzeug, ich komme dann wieder zu. Wie sagt man auch noch, bist du schnell? Das machen Sie mal. Genau. Nicht, dass ich Sie Sorgen mache. Der war schon überrascht, genau. Also ich glaube, er wusste schon, dass er zu schnell war. Nichtsdestotrotz wusste er nicht so recht, was er jetzt dazu sagen sollte. Also es wird definitiv ein Bußgeld auf ihn zukommen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ein Fahrverbot dafür wird sicherlich nicht reichen. Aber ich denke mal, ein saftiges Bußgeld, das ist auch in Ordnung. Und man hat die ganz klar gesehen, dass er, egal ob in der Stadt, wo noch 15 erlaubt sind, aber auch auf der Bundesstraße, wo 18 erlaubt sind, er wollte immer zügiger vorbeikommen als alle anderen. Und dann, ja, da muss er damit leben, dass wir dann hier einschreiten und dann auch da gegen eine Ordnungswidrigkeit Anzeige fertigen. Der Rest? Routine. Personalien abfragen und Anzeige erstellen. Damit der Computer später die tatsächliche Geschwindigkeit berechnen kann, müssen Parameter am Tiguan gemessen werden. Dabei kommt der gute alte Zollstock zum Einsatz. Das ist hochprofessionell. Sag mal. Gut? Ja. 1,58. Vielleicht wollte ich mal gucken, was ich mache. Wir haben jetzt Ihre Rückleuchten ausgemessen. Nichts Schlimmes. Keine Kratzer. Genau, wenn wir die Geschwindigkeit errechnen, hatte ich Ihnen ja eingehend schon gesagt. Genau, aufgezeichnet ist, auf dem Video ist das Ganze drauf. Nee, leider nicht. Das können Sie nur, indem Sie die Bußgeldstelle nachher praktisch anschreiben. Wir kriegen ja ein Anschreiben von einer Bußgeldstelle und dann können Sie das erbitten, dass Sie dort eine Einsicht durchführen dürfen. Erst in drei Wochen wird der Fahrer wissen, um wie viel er die Geschwindigkeit überschritten hat. Zurück in Berlin. Parkplatzüberwacher Andreas Schwiede schaut sich in Tempelhof um. An einer Kreuzung stechen ihm mehrere Autos ins Auge. Die stehen hier. Falsch. Wir haben viele Menschen mit Rollator, die da halt sich dann irgendwie zwischen falsch gepackten Autos durchquillen müssen. Da drüben ist ein Kindergarten, da ist eine Einrichtung mit Kindern. Und kleine Kinder, die hinter einem Auto vorlaufen, die sehen erstmal selber nichts vom Verkehr. Weil selbst ich jetzt muss um den Verkehr ein, dann müsste ich bis hier vorlaufen. Und dann stehe ich schon fast mitten auf der Straße. Und im Unfallbericht heißt dann, so ein Unfall mit Kindern immer, das Kind trat unvermittelt auf die Fahrbahn. Dass da irgendwie Falschparker die Sicht genommen haben, interessiert keinen. Und das darf nicht sein. Andreas Schwiede meldet in einwandfreiem Beamtendeutsch die VBH, die Verkehrsbehinderung, der Polizei. Ist jetzt etwa fünf nach halb. Und ja, schauen wir mal, wie lange die Polizei jetzt hier braucht. Abhängig ist das von der Einsatzlage. Der eben noch falsch geparkte blaue BMW kommt ungestraft davon. 20 Minuten später ist, statt der Polizei, das Ordnungsamt da. Guten Tag. Geht um die beiden. Auch fünf Meter. Also meistens stelle ich auch noch da dazu. Erst wieder, du musst immer schauen. Ja, ist das okay. Die Parksituation. Ja, ja. Doch der Sachverhalt ist klar. Dieses Fahrzeug wird abgeschleppt. Im Beamtendeutsch umgesetzt. Also da gehe ich mit Ihnen, da kriegt eine Anzeige. Den setzen wir um. Und das kostet. Also für den ist es jetzt besonders extrem teuer. Weil erstmal ist das Ordnungsamt bei uns teurer als die Polizei. Also wenn das Ordnungsamt umsetzen, das kostet 199 Euro, wäre es die Polizei, wäre es nur 136 Euro. Dazu kommt nochmal das Bußgeld, das ist jetzt ja echt mal lächerlich niedrig, nämlich nur 15 Euro. Da ist schon die Behinderung mit bei. Und dann kommen nochmal, wahrscheinlich zweimal 15 mal Euro dazu von der Carsharing-Firma. Das ist dann also irgendwas über 250 Euro, Summa, Summa rum. Schwedes penetranter Einsatz hat Spuren hinterlassen. Das Verhältnis zu Ordnungsamt und Polizei ist angespannt. Wir kriegen ja nun wirklich sehr viel Arbeit rein, was wir ja tagtäglich machen müssen. Und ja, was uns nicht gefällt, erredet uns immer in unsere Maßnahme rein. Wir entscheiden, was wir vor Ort machen. Gut, aber wäre es nicht dann auch entspannender oder würde die Situation gar nicht entstehen, wenn sie von sich aus einfach, es gibt eine Geschäftsanweisung, wann abzuschleppen ist. Und gerade zum Beispiel nehmen wir mal die Buschbeiner Hauptstraße. Herr Schwede, ich habe Ihnen das schon mal gesagt, wir haben vier Teams. Wir müssen alle Akutaufträge abarbeiten, die täglich reinkommen über die Polizei. Aber wir hängen natürlich auch manchmal in unseren Maßnahmen fest. Und wir warten auf das Umsatzunternehmen manchmal über eine halbe bis eine Stunde, sogar noch länger. Weil die auch zu tun haben und auch keine Mitarbeiter haben. Ich sage auch, der Stüttelungsgeldkatalog ist einfach zu gering. Wenn das losgehen würde mit angenommen 150 Euro Haltverbot. Ich glaube, da würde das etwas anders aussehen in der Stadt. Aber das ist die Sache jetzt. Aber dann haben wir solche Bürger. Fahre. 15 Minuten später. Der Abschleppdienst rückt an. Laut Vorgabe der Stadt muss der Falschparker jetzt in weniger als zwei Minuten von der Straße. Sonst droht Staugefahr. Elektroantrieb schützt vor Strafe nicht. Andreas Schwede dokumentiert die Aktion für seinen Twitter-Account. Zufrieden? Ich finde, die Genugtuung ist jetzt eher, dass die Ecke frei ist. Natürlich wäre es auch noch schöner, wenn auch noch die anderen Ecken hier frei wären und so weiter. Wo dann irgendwie die Herrschaft vom Ordnungsamt wieder ein bisschen rumdiskutieren müssen. Und den ja und den nicht und so weiter. Über den Einsatz von Andreas Schwede als selbsternannter Parkwächter und Denunziant können sich Radfahrer und Fußgänger vielleicht freuen. Autofahrer wundern sich bestenfalls darüber. Aber zumindest ist diese Kreuzung im Stadtteil Tempelhof jetzt begehbar. Blitzer-Marathons, neueste Technologien, vermehrte Kontrollen an Brennpunkten. Mit allen Mitteln versucht die Polizei Verkehrsraudis zu stoppen. Doch was die wenigsten ertappten Autofahrer wissen, viele Messungen sind falsch. 300 bis 500 zweifelhafte Bescheide werden täglich in der Zentrale des Bußgeldportals geblitzt.de in Berlin bearbeitet. Bei dem Start-up-Unternehmen prüfen drei Anwaltskanzleien die Fälle auf Rechtmäßigkeit. 250.000 wurden seit Gründung 2013 erfolgreich bearbeitet. Für Firmenchef Jan Ginhold ein gutes Geschäft, denn oft müssen Rechtsschutzversicherungen oder sogar die Staatskasse für die Kosten aufkommen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Bußgeldbescheid falsch ist, wird ungefähr, nageln Sie mich darauf nicht fest, auch da sind die Angaben immer sehr unterschiedlich, zwischen einem Drittel bis einem Halb festgesetzt. Wir haben die praktische Erfahrung, dass man zwischen 12 und 15 Prozent aller Bußgeldbescheide tatsächlich zur Einstellung bringen kann. Das heißt, man zahlt sein Bußgeld nicht und bekommt keine Punkte. Und dann kommt ein weiteres Drittel ungefähr dazu, wo wir zumindest die Strafe etwas reduzieren können. Anfang des Jahres wurde auch Tobias Schmidt geblitzt, auf einer Berliner Ausfallstraße. Warum? Das fragte sich der Fahrer des blauen Ford selbst. Der Strafbescheid des Amtsgerichts Tiergarten traf zwei Wochen später ein. Vorwurf? 24 Stundenkilometer zu schnell. Um sich Klarheit zu verschaffen, suchte der 26-jährige Hilfe auf dem Online-Portal gegen Blitzer. Per Scan schickte er den Bußgeldbescheid an die Berliner Start-up-Firma. Weil der Standort des Blitzers Fragen aufwirft, steht heute ein Ortstermin an. Dort, wo ihn eine mobile Radarfalle wegen angeblich zu hoher Geschwindigkeit ertappt hat, soll Tobias zusammen mit Rechtsanwältin Sina Nolte-Meyer die Sachlage klären. Hallo Herr Schmidt. Ja, hier hat sich ja die ganze Sache zugetragen. Jetzt sind wir nochmal am Ort des Geschehens. Wissen Sie noch genau, wie das abgelaufen ist damals? Das war im Februar. Ich bin aus dem Tunnel gekommen hier, wo ja auch noch 60 waren vorm Tunnel. Dann wurde es dazu 50. Bin ich hier rausgekommen und dann stand auch hier schon das Messfahrzeug und ging alles ziemlich schnell. Ja. Ich habe hier nochmal die Akte. Vorwurf waren ja 24 zu schnell innerhalb geschlossener Ortschaft. Da wurde die Regelbuße von 80 Euro festgesetzt. Haben hier auch nochmal vielleicht zur Verdeutlichung. Genau. Hier von hier unten kamen Sie. Ich weiß gar nicht, waren Sie schon auf einem der linken Streifen? Genau, ich war ziemlich weit links tatsächlich und früher wurde dann von dem Blitzer auch überrascht. Aber war das rechtens? Die Anwältin will die verschiedenen Faktoren beim Amt abfragen. Da gibt es eben immer bestimmte Unterlagen, die vorhanden sein müssen oder auf die wir die Akte prüfen. Wie beispielsweise bei standardisierten Messverfahren ein Eichschein oder ein Messprotokoll oder ein Schulungsnachweis des jeweiligen Messbeamten. Ich sage mir, jeder wurde wahrscheinlich schon mal geblitzt, der ein bisschen länger Auto fährt. Und zu Kleinigkeiten, wo ich dann auch merke, oh okay, jetzt sagst du mal 5, 6 zu schnell, sage ich, okay, da kriege ich den Bescheid und bezahle die auch gar kein Problem. Aber halt so bei Sachen, wo ich selber dran zweifle so ein bisschen, weil ich mir so die Gegebenheiten anschaue und denke so, okay, da könnte vielleicht irgendwas nicht hernauen. Tobias ließ über die Online-Kanzlei letztlich Einspruch einlegen. Das beste Mittel gegen teure Bußgeldbescheide ist natürlich, sich an Geschwindigkeitsvorgaben zu halten. Das Verfahren wurde mittlerweile übrigens eingestellt. Der Grund, auf dem Blitzerfoto sei Tobias nicht eindeutig zu erkennen. Sich zu wehren kann sich also lohnen. Ortswechsel. Zu einer der umstrittensten Radarfallen der deutschen Hauptstadt. Mit stationären Blitzern versucht man hier, Autofahrer an Ampeln auszubremsen. Doch das ist zweifelhaft. Die Anwälte erläutern, warum vermeintliche Rotlichtsünder große Chancen haben, gegen einen Bußgeldbescheid von hier vorzugehen. Also hier haben wir im Prinzip jetzt eine der berühmtesten Blitzanlagen von Berlin am großen Stern an der Siegessäule. Diese Anlage misst zum einen die Einhaltung der Geschwindigkeit, aber, und das ist ja eigentlich noch viel entscheidender, findet hier eine Rotlichtüberwachung statt. Denn wenn wir einmal nach da drüben gucken, hier haben wir nämlich folgendes Problem. Hier gibt es, wenn man sich bereits innerhalb des Kreisverkehrs befindet, dann nochmal eine Haltelinie mit einer roten Ampel. Gerade wenn man sich im mittleren Teil befindet, also in der mittleren Spur oder in einer der zweiten oder vierten Spur, ist es eben so, dass viele Mandanten, die dann geblitzt werden, vollkommen überrascht sind und sagen, ich habe überhaupt gar kein Rotlicht gesehen, weil sich das eben so weit außen befindet. Hinzu kommt, dass Hindernisse wie Busse oder Lkw den Blick auf die roten Ampeln versperren. Das macht es besonders für ortsfremde Autofahrer unübersichtlich. Hier haben wir jetzt mal einen Beispielsfall. Hier ist ein Betroffener, der eben das Rotlicht gar nicht wahrgenommen hat, über die Haltelinie gefahren. Das ist das erste Bild, was gefertigt wird. Und dann sieht man im weiteren Verlauf, dass er hier dann weiterfährt innerhalb des Kreisverkehrs. Hier kommt schon das Fahrzeug aus der anderen Spur hereingefahren, in den Kreisverkehr. Man sieht jetzt nicht, was mit diesem Fahrzeug ist, ob vielleicht der Betroffene nur zu spät gebremst hat oder weitergefahren ist. Das ist also auch ein Punkt, der sich hier, das ist für uns juristisch ganz interessant, nicht immer ganz aufklären lässt. Und es häufig auch so ist, dass die sogenannte Rotlichtzeit weit über einer Sekunde liegt. Und das führt laut Bußgeldkatalog wiederum dann auch dazu, dass auch mit einem Fahrverbot dann zu rechnen ist und einem Bußgeld von mindestens 200 Euro. Also es geht auch um was. Die Frage ist ganz unabhängig von der Tatsache, dass man hiermit wahrscheinlich als Stadt Berlin gut Geld verdienen kann. Es geht einfach um die Verkehrssicherheit und dass man hier an einer solch wirklich unübersichtlichen Stelle und man weiß, dass hier regelmäßig die Leute das Rotlicht nicht wahrnehmen können, einfach nichts unternimmt. Laut den Anwälten ignoriert die Stadt Berlin bisher jegliche Umbauvorschläge zum Ampelstandort. Was im Umkehrschluss aber bedeutet, dass geblitzte Autofahrer weiterhin mit Erfolgsaussicht Einspruch gegen Bescheide an der Siegessäule einlegen können. Zurück in Hamburg. Auf der Jagd nach Rasern sind die Polizisten der Videopatrouille unterwegs in der Innenstadt. Plötzlich brettert vor ihnen dieser Smart über die rote Ampel. Hey, tschüss, Tänke. Doch damit nicht genug. Fahren wir dann doch nochmal ein Stück hinterher und halten ihn dann in Ruhe an. Er telefoniert ja immer noch, ne? Genau, er telefoniert ja noch einwandfrei, auch von hinten sichtbar. Kann man da so ein bisschen festzuhalten. In dem Fall ist das Telefonieren tatsächlich hochwertiger als die Rotlichtfahrt. Dieses Maß ist voll. Der Smartfahrer weiß jetzt, dass seine Stunde geschlagen hat. Komm mit, mein Junge. Anstandslos folgt der Smart. Doch plötzlich spitzt sich die Lage zu. Moin. Sie geben mir erst Ihre Daten und dann gehen wir weiter. Genau. Lassen Sie uns einmal... Hallo, bleiben Sie bei mir bitte. Ich stehe gleich auf. Bleiben Sie bitte bei mir in der Gegend. Ich stehe gleich sofort auf, wenn ihr die scheiß Kamera nicht aufhört. Bleiben Sie jetzt bei mir und geben Sie Ihren Führerschein, Fahrzeugschein. Macht die Kamera aus. Hallo. Sie bleiben jetzt mit mir. Ich möchte nicht lauten. Warum schreien Sie mich an? Warum schreien Sie mich an? Warum schreien Sie mich an? Okay, Sie haben mir Ihren Augen angemt. Kein Problem. Warum legt er mich an? Bleiben Sie ruhig. Das sagt er doch gar nicht. Bleiben Sie ruhig. Er darf das. Hör mal zu, nehm die Scheiß. Bleiben Sie ruhig. Bleiben Sie ruhig. Er soll die Scheiß nochmal rott machen. Streifen an, bitte. Ruf den Scheiß an. Kein Problem. Bleiben Sie jetzt ruhig, verdammt. Ich möchte keinen Ehrgeiz mit Ihnen haben. Verstehen Sie das? Was war das? Zwei Minuten später. Angesichts der zusätzlichen Streife beruhigt sich der Fahrer wieder. Ich konnte die wieder so ein bisschen runterholen. Nichtsdestotrotz habe ich mir hier Verstärkung hinzugezogen, weil ich einfach nicht möchte, dass es hier eskaliert und wir hier einen Widerstand bekommen, den ich nicht haben muss. Und jetzt ist das, glaube ich, wieder so weit im Reinen. Für die Polizisten ist der Fall damit geklärt. Der Bescheid über 100 Euro Bußgeld inklusive einem Punkt in Flensburg wird dem Fahrer per Post zugeschickt. An der Zentrale der Verkehrsstaffel Ost zieht das Team Bilanz des heutigen Tages. Also wir sind rundum eigentlich zufrieden und das zeigt, das können wir tagtäglich machen und werden immer wieder Erfolg haben. Und man sieht ja auch, dass wir tatsächlich auch erfolgreich waren und das ist halt auch immer unsere Grundmotivation, wo wir tagtäglich auch ins Fahrzeug steigen und dann auch diese ganzen Art von Delikten, Aggressionsdelikten auch feststellen und auch sanktionieren. Für Dennis und Michael endet damit ihr heutiger Einsatz. Für andere beginnt die Schicht erst jetzt. Denn im Kampf gegen Raser arbeitet die Hamburger Polizei rund um die Uhr. gegen Raser toca. Musik